Musik Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei einer weiteren Sendung von Free Spirit TV, dem Sender jenseits des Mainstreams. Heute bei uns zu Gast, Armin Risi, Philosoph, Sachbuchautor und kreatives Genie. Herzlich willkommen, Armin. Ja, danke. Schön, dass es klappt heute. Ja, ist super. Ich habe mich wirklich gut vorbereitet und es war ganz einfach diesmal, weil eines deiner Bücher hat mich vor sicher gut 20 Jahren enorm inspiriert und mir auch geholfen, meinen Standpunkt gegenüber anderen relativ gut und neutral darlegen zu können. Und hierbei handelt es sich um dieses Buch, das war damals noch ein bisschen kleiner, Vegetarisch Leben. Armin, du schreibst, Vegetarisch Leben ist eine Notwendigkeit. Kannst du uns das mal erklären, wie du das meinst? Ja, wir sehen ja heute, was passiert, wenn wir nicht Vegetarisch leben. Was passiert? Wir sehen heute, wie wir auch da im Buch, das ist ja geschrieben, zusammen mit Ronald Zürer, auch dem Verleger, meinem Verleger im Govinda Verlag, die verschiedenen Aspekte. Wenn wir beginnen, Tiere zumindest übermässig zu schlachten, nicht nur einfach auf dem normalen Jagdstil, sondern übermässig zu töten auf der Grundlage von Sucht, entstehen so viele Probleme, ökologische, gesundheitliche, aber nicht zuletzt auch moralische und ethische und auch psychologische. Denn wir müssen so viel ausblenden, damit wir das wirklich in diesem großen Stil tun können. Ich betone das im großen Stil, weil ich meine hier nicht die Naturvölker und die Fischervölker und so, das ist etwas ganz anderes. Die leben in Harmonie, in Balance mit der Natur und die wissen genau, wo, wie, wann man darf und nicht darf und die respektieren das und das respektiere auch ich und respektieren sicher auch wir in der großen Wertschätzung für die Naturvölker. Aber wir reden ja von unserer Zivilisation, das fällt ins Gewicht. Und dass wir das durchziehen können, was wir heute tun, das setzt eine so große Abspaltung voraus, weil jeder weiß, was in Schlachthöfen läuft, jeder weiß, dass er das nicht tun könnte, was da läuft und trotzdem lässt man das nicht nur zu, sondern man isst das, was da rauskommt, man isst die Schlachthofprodukte. Also wenn das alles, wenn die Tiere alle durch die Tötungsmaschinerie durch sind und das Fleisch abgeschabt und alles und verarbeitet und die Chemikalien und alles drin, damit es überhaupt anschaulich aussieht, weil Fleisch von Natur aus ist eklig. Wenn man jetzt mal nicht gefärbtes Fleisch vor sich hätte, das würde keiner essen können. Ja, aber Fleisch, sagt man so, ist doch gesund. Ja, sagt die Fleischlobby. Ist ein Werbespruch. Der Werbespruch wurde zwar schon korrigiert, im Sinn von, Fleisch ist gesund, solange das Tier noch lebt. Ja, und dann ist es gesund fürs Fleisch. Ja, natürlich ist Fleisch gesund, aber nicht zum Essen. Okay. Hast du auch schon gehört, dass Menschen sagen, ich liebe Tiere über alles, vielleicht haben sie sogar selber ein Hündchen oder eine Katze zu Hause und können das nicht in Zusammenhang bringen mit dem, was sie auf dem Teller haben? Ja, auch da ist wieder eine gewisse Abspaltung. Es ist irgendwie eine gewisse Spaltung, dass man sagt, gewisse Tiere darf man essen und andere nicht. Es gab vor kurzem, hat sich einer geoutet, ich esse Hunde. Nein, Katzen. Eins von Hunden, ich glaube Katzen. Und dann waren alle empört. Ja, und dann waren alle empört. Wie kann der Katze, so barbarisch. Aber das ist diese Doppelmoral. Er ist nur konsequent. Ich bin auch nicht dafür, dass man Katzen isst, aber der ist wenigstens konsequent und sagt, warum nur vegetarische Tiere? Ich esse jetzt mal ein nicht-vegetarisches Tier. Das Interessante ist, die meisten Menschen essen ja vegetarische Tiere. Schafe, Ziegen, Rinder. Und auch die Schweine wären von Natur aus weitgehend vegetarisch, als wenn sie vielleicht mal in der Natur draußen sind und irgendeinen Wurm mitverschmatzen und so. Aber sonst wären auch Schweine vegetarisch. Also die meisten Tiere, die wir essen, sind nicht auf andere Tiere essen aus, sondern auf Grünzeug. Genau. Wäre das auch das Beste und Gesündeste vielleicht für uns Menschen? Ist ja mittlerweile durch verschiedene Studien und so nachgewiesen und es gibt so viele Menschen, die schon in der zweiten oder dritten Generation vegetarisch leben und wir sehen, dass sie eine ganz andere Gesundheit mit sich bringen. Natürlich kann man sich auch vegetarisch ungesund ernähren, aber wer vegetarisch isst, ist ja auch weitgehend bewusst und weiß auch, dass vegetarisch Essen schon nicht nur Schokolade essen heißt oder nur Teigwaren, logischerweise. Das wäre dann auch nicht gesund. Ja, selbst bei Schokolade ist es ja heutzutage nicht mehr sicher, dass es ohne Fleisch ist. Das kommt noch dazu. Ja. Natürlich. Kann ich davon ausgehen, dass du, seit wir uns kennen, Vegetarier bist? Ich wurde Vegetarier mit 18. Okay. Ja. Da wurde mir auf einmal, ich weiß noch genau, ich habe da mit einem indischen Mönch auf der Straße gesprochen und er hat mich auch vegetarisch angesprochen und da wurde es mir auf einmal so bewusst, hey, was mache ich überhaupt? Spinne ich eigentlich? Ich habe da einfach Fleisch gegessen, mir nicht überlegt, ich wusste schon, es kommt von Tieren. Klar, logisch, das wusste ich, aber irgendwie hat mich das nicht, es hat da nicht gefunkt, was ich eigentlich tue. Auf einmal wurde mir wie bewusst, was ich tue und dann ging ich nach Hause und habe meiner Mutter gesagt, du, ich habe mein letztes Fleisch gestern gegessen. Also nicht ab morgen und heute noch, sondern das war gestern. Also du hast das erlebt, wovon es eigentlich heißt, denn sie wissen nicht, was sie tun. Plötzlich ging dir ein Licht auf, du hast bemerkt, was du tust. Ja. Und dann war es schwierig oder war es einfach? Das war dann einfach, natürlich. Hast du es nie vermisst oder entbehrt? Nein, natürlich nicht. Und dann als Mönch, dann dort, wo ich war, das ist ja berühmt für die gute Küche, also da vermisst man sowieso nicht. Aber das war für mich eine ganz logische Konsequenz und natürlich auch, ich muss sagen, nicht nur ethisch, sondern auch ein Ausdruck von Rebellion. Ich habe einmal gemerkt, all diese Leute, wo ich so viel zu kritisieren habe, die haben alle ein gemeinsames Mönch, aber die essen alle Fleisch. Und kein Wunder, jetzt verstehe ich, oder? Und so, meine, was man zu sich nimmt, das beeinflusst ja unser Bewusstsein. Und das war also ganz klar auch ein Zeichen von Rebellion. Das, nein, jetzt erst recht, jetzt nicht mehr. Die ist dir bestimmt gelungen, weil ich habe schon beobachtet, dass sich Menschen recht provoziert führen, auch wenn man gar nichts sagt, sondern einfach nicht mitmacht, was diese gemeinsamen Rituale betrifft. Hat dich das nicht auch ein bisschen getrennt dann von Familie, Freunde, oder wie war das bei dir? Als ich Vegetarier wurde, ging es ja nicht mehr lange, bis ich die Schule sowieso verließ und ins Kloster ging. Also ich war da sowieso schon komisch und anders. Dann ist das gar nicht mehr aufgefallen, dass der auch ein Vegetarier ist. Du warst weg, oder? Ja, ich war ja sowieso. Aber auch in den letzten Monaten, als ich in der Schule war, ich habe die Schule vor dem Abitur verlassen, das war eine andere Geschichte. Aber da habe ich schon gemerkt, ich war der einzige Vegetarier in der ganzen Schule. Natürlich ist das aufgefallen, man hat erst recht nicht mehr dazu gepasst. Und das ist so schwierig, weil die Leute meinen, man sei komisch, man kann nicht mehr im gemeinsamen Ritual teilnehmen. Ja, aber natürlich kann man auch teilnehmen. Man kann einfach sagen, ich komme und ich esse kein Fleisch. Wir sind ja nicht dogmatisch und sagen, ich sitze an keinem Tisch, wo Fleisch gegessen wird. Das wäre auch eine Variante. Es gibt Leute, die das auch so handhaben. Dann natürlich grenzt man sich selber und andere auch aus. Aber wenn man gerade nicht so ist und sagt, esst ihr euer Fleisch und ich esse keins. Dann bist du aber immer noch eine Provokation für viele. Dann bist du die Provokation, aber dann dürfen sich die anderen fragen, warum fühle ich mich provoziert. Warum fühlen sie sich provoziert? Weil jeder weiß, dass das, was sie tun hier, irgendwie nicht richtig ist, weil das kommt aus dem Schlachthof und das hat nicht ein Indianer in der Prärie gejagt und ich bin hier zu Gast. Da hätte ich kein Problem, da mit zu essen. Aber ja, ich glaube, da würde ich mit essen, wenn ich so eingeladen wäre. Aber jeder weiß, dass das hier ab der Stange ist, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, es geht ja auch darum zu erkennen, ist man jetzt Indianer oder nicht? Ja, ja. Ist man dort, wo das natürlich ist oder ist man hier, wo wir jetzt halt sind, wo es wirklich nur ein blutiges Geschäft ist? Warum sind denn die Schlachthöfe immer so weit weg? Ein Mordsgeschäft, ja. Ja, ein Mordsgeschäft. Ich glaube, Paul McCartney hat gesagt, oder ich glaube, da müsste ich nachschauen, einer von den vielen Zitaten, die wir da drin hatten, aber Paul McCartney würde das zumindest unterschreiben, wenn es nicht von ihm kommt. Das Zitat ist, hätten die Schlachthöfe Glaswände würden alle sofort Vegetarier. Ich habe vor kurzem, schnell ein, zwei Minuten wieder, auf Facebook hat es jemand verlinkt, kurz einen Schlachthoffilm geschaut. Das Neueste, wo man die Kühe so in ein Eisenkorsett reintut und dann umdreht, lebendig, und sie dann, ja, ich glaube nicht, dass sich das viele lang anschauen könnten. Aber was muss da passiert sein, dass es Menschen gibt, und nicht wenige, es werden immer wenige, aber es gibt sie noch, die das anschauen können und sagen, ist mir egal. Das ist eine gewisse Schizophrenie, eine Ausgrenzung und dann kommt, und die Ausgrenzung hört dann ja nicht aus. Wenn man das ausgrenzt, grenzt man vieles andere auch noch aus. Weil immerhin sterben pro Tag 10.000 Kinder an Hunger. 10.000, und das nicht einfach, weil gerade gestern die Ernte schlecht war, die Lieferung nicht kam. Seit 50 Jahren, schätze ich, sterben jeden Tag 10.000 bis 20.000 Kinder. Quasi, weil ihnen die Kühe das Gras wegessen, oder weil man für die Ernährung der Kühe so viel Wasser braucht, oder wie setzt du da den Zusammenhang? Der Zusammenhang ist offensichtlich, weil das sind ja nicht die Kinder, die bei uns sterben, sondern das sind ja die anderen. Das sind die Kinder in Afrika, in Lateinamerika, Südamerika, Asien, aber vor allem Afrika, in denen, ja, dort vor allem, weil man dort schlicht und einfach in diesen Ländern den Boden verwendet für billig Futter für unsere Schlachtvieh. Also vor 20, 30 Jahren, ich wusste damals, das war noch vor meiner Klosterzeit, da habe ich Erklärungen von Bern gelesen, gibt es ja heute noch, diese ganz scharfe, noch schärfe Screenpeace, Erklärung von Bern, die haben das geschrieben, dass in der Zeit, wo es die große Hungerkatastrophe in der Sahelzone gab, haben die Länder der Sahelzone Rekordexporte in Baumwolle, Erdnüsse und so irgendwie gehabt, also da ist schon gewachsen, aber nicht fürs Volk. Die Leute sind verhungert, während dem Rekordexporte waren. Also das zeigt ja schon, was das wieder für ein Mordsgeschäft ist. Einfach, hier sterben die Tiere, da sterben die Menschen, einfach für dieses Geschäft. Und wir blenden das aus. Wenn jetzt einer sagt, ich esse nur die Kühe aus der Nachbarschaft und die sind biologisch nach Demeter-Richtlinien und mit Liebe aufgezogen worden, was ist damit? Das ist doch schon mal ein großer Schritt in Richtung Bewusstsein. Da unterstützt man nicht das andere. Und ich kenne Reformhäuser, die sagen, auch Menschen, also solche, die Reformhäuser führen, sehr Vegetarier sind und Biofleisch führen, sie sagen, das ist das Fleisch für die Menschen mit schlechtem Gewissen. Das ist einfach, man weiß und so, also das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, wenn es denn wirklich so durchgezogen ist. Aber ich sehe schon, du gehst grundsätzlich davon aus, dass jeder Mensch in seiner tiefsten inneren Instanz ein schlechtes Gewissen hat, wenn seine Nahrung mit dem Tod, von Tod kommt Tod, von Leben leben. Wenn es nicht nötig ist. Klar, wer da in Grönland wohnt, der muss Fische jagen gehen. Das ist etwas anderes, aber das ist gar keine Ausrede für uns. Es gibt sogar ein interessantes Beispiel, wenn ein Eskimo, ich habe gehört, man darf heute wieder Eskimo sein. Ah, schön, ich wollte gerade Inuit einbringen, aber passt. Weil Inuit ist ein Überbegriff, aber das sind nicht alle und da haben andere, die auch dort leben, nicht Inuit sind, aber ein Eskimos, sagen, jetzt hat man sich wieder anscheinend auf, das war der neueste Stand, vielleicht hat man es unterdessen wieder geändert. Vielleicht dürfen wir irgendwann wieder Murenkopf sagen. Ja, das Restaurant in Zürich heißt noch so. Echt? Mal schauen, wie lange noch. Ja, also die Eskimos. Ja, zurück ins Eis. Wenn die einen Fisch fangen, was ist das Erste, was sie essen? Wenn ich so frage, ist es wohl nicht das viele. Das Erste, was sie essen, ist, sie schlürfen den Darminhalt leer. Das ist nicht ganz appetitlich für uns, aber da sind Algen drin, das ist Grünstoff. und natürlich isst man den Rest dann auch, aber das zeigt einfach nur schon, wie die den Fisch verwerten. Ja, das sieht man auch sonst in der Natur, das hat mir mal ein Tierarzt gesagt. Ich hatte früher einen Hund, der hat gesagt, wenn Tiere in der Natur ein anderes Tier reißen, zum Beispiel im Winter, wenn es keine andere Nahrung gibt, essen sie immer zuerst den Mageninhalt. Genau, ja. Und nur im äußersten Notfall das Muskelfleisch. Und wir essen eigentlich normalerweise das Muskelfleisch. und wir werfen das andere weg, weil wir sind ja eben von Natur aus ja nicht Vegetarier. Das weiß man. Erklärung bitte. Das haben wir ausführlich in diesem Buch, rein von unserer Tötungshemmung her, und wir essen ja kein Rohfleisch, wir können Fleisch nur essen, wenn wir es gekochen und gebraten und abgehängt und gepökelt und zubereitet haben, wenn wir nicht mehr sehen, dass es Fleisch ist. dann können wir sie irgendwie essen. Das zeigt schon, dass wir nicht sehr begabte Fleischessere sind, wir müssen uns selber sehr täuschen. Als Gummibärchen verpackt geht es gut? Ja, ja, dann merkt man es nicht. Dann eben, sobald man es nicht mehr merkt, dann geht es. Und dann auch von unserem Körperbau her, da sind wir gerade so, ein Zwischending, aber ganz klar von der Darmlänge her, Richtung Pflanzenesser. Aber eben, der Mensch isst, natürlich isst er Allesesser. Er kann, er isst eben, also das geistige Wesen, das er isst, kann er auch Fleisch essen, weil wir einen freien Willen haben und bis in die Ernährung hinein auch die Verantwortung haben. Deswegen können wir auch Fleisch essen und fallen nicht gleich tot um. Andere Tiere würden gleich tot um fallen. Ja, und die Frage ist natürlich, sollen wir einfach nur weil wir können oder gibt es eine Instanz, die uns irgendwo auch dort den Weg weist, nicht alles, was man kann, auch zu tun? Das ist eben der Punkt. Das ist die Philosophie des Machbarkeitswahns. Ist alles, was machbar ist, auch erlaubt? Das ist eine ganz grundlegende Frage und das fängt beim Essen an. Nur weil wir es können, ist es gut. Ist es gut, nur weil wir es können? Das ist die Frage. Na gut, der, der es tut, würde sagen ja und der andere nein. Das ist unsere Verantwortung und wir sind ja keine Missionare und das wird niemand zwangsvegetarisiert. Ich beobachte, dass die Menschheit immer mehr zu Vegetariern wird. Sehe ich das durch meine Filter oder beobachten das andere auch? Ja, hierzulande, währenddem hier der Fleischkonsum ein bisschen runtergeht, geht er in China markant hoch. also gesamt, global gesehen nimmt er zu. Das heisst, es hat also auch zu tun mit einem gewissen Statussymbol, wer sich das leisten kann. Das heisst ja schon, dass es eigentlich, das Billigfleisch ist ja eigentlich bei uns und dort, wo es jetzt erst anfängt, dort gibt es wahrscheinlich ganz tolle Produkte, die sehr teuer sind, nehme ich an. Ja, es wird einfach propagiert. Die Menschen haben ja früher ohne Fleisch gut gelebt und jetzt wird es propagiert. Ist das ein Teil des Planers einer Elite, die will, dass das Bewusstsein der Menschen vielleicht auch irgendwo so mit dem beeinflusst wird, mit diesem Leid, mit den Endorphinen, Hormonen, Medikamenten? Der Verdacht liegt nahe. Das ist elegant gesagt. Ja, denn wären die Menschen hellsichtig, würden sie sehr schnell sehen, etwas vom Ersten, was man sieht, wenn man hellsichtig ist, ob jemand lügt oder nicht. Das sieht man ja in der Aura, kannst du ja mit dem Muskeltext, in der Kinesiologie geht das. Lügen bedeutet, du sagst etwas anderes, was du weißt. Du sagst nicht etwas Falsches, weil du nicht besser weißt. Also da ist eine ganz bestimmte Blockadevorgang drin und das könnte man sehen. Und wenn die Menschen hellsichtig würden, nur ein bisschen hellsichtig würden und sehen würden, wo gelogen wird, dann müssten ganze Wirtschaftszweige und die ganze Politik zusammenpacken. Die ganze Kriegsindustrie würde nicht mehr funktionieren. Die ganze, ja, die ganze Wirtschaft, alles, weil es ist alles auf Lüge aufgebaut. Auf Täuschung und Lüge. Und deswegen hat das sicher damit etwas zu tun, das Bußsein den Menschen zu dämpfen. Das heißt also, die Idee, Fleisch braucht der Mensch, ist eine Lüge. Ja, natürlich. Fleisch ist gesund, ist eine Lüge. Ja, der Mensch kann ja, ich brauche etwas, das heißt, ohne das könnte ich nicht leben. Es geht gewiss, ich brauche Wasser, ich brauche Nahrung, ich brauche Lebensmittel, ich brauche Kleider, ich brauche Wärme, ich brauche Sonne, ich brauche Mondlicht. Fleisch, das brauche ich, aber nicht Fleisch. Ich kann es verdauern, aber es ist nicht, weil ich es brauche. Also, dass der Mensch es braucht, das stimmt sicher nicht. Also es ist eher so, dass man kann es überleben, wenn man es zu sich nimmt, aber auch da beobachten wir zum Beispiel, im Alter zeigen sich dann schon gewisse Folgen. Ja, ja, natürlich, natürlich. Ich habe immer ein bisschen Mühe mit meiner Ausdrucksweise jemandem zu sagen, komm, lass doch das sein mit dem Fleisch essen oder so. Wie sagst du das, wenn du öffentlich sprichst oder so? Du hast vielleicht auch das Ziel, ein bisschen in die Richtung zu gehen, den Leuten zu sagen, werdet bewusst, wacht auf, schaut, was sie tut. Hast du einen Trick für mich, welchen Satz könnte man, oder für die Leute zu Hause, die Einzelvegetare in der Großfamilie, was könnte man als Argument bringen? Ich war früher ein Vegetarier-Apostel, also ein Missionar. Ich habe auch gedacht, wer Fleisch isst, der kann nicht spirituell sein, und wer raucht, der kann nicht spirituell sein, und so, das habe ich alles gedacht, weil von meiner Herkunft, als Mönch, hat man das auch so gelehrt und auch so gepredigt, aber es war mir irgendwie nie ganz wohl. Und dann habe ich Menschen gerne gelernt, die Fleisch essen und durchaus spirituell gut drauf sind, Menschen gerne gelernt, die rauchen und spirituell gut drauf sind, so habe ich entweder, es stimmt das mit meinem Dogma nicht, oder es stimmt mit den Menschen was nicht. Und dann war mir natürlich ganz klar, und ich liess mich da gerne eines Besseren belehren, der stimmt etwas mit meinem Dogma nicht. Ich darf Vegetarismus nicht zu einem Dogma erheben. Ich kann Menschen nicht daran beurteilen. Und heute ist es mir wirklich emotionell egal, ob jemand Fleisch isst oder nicht. Und du sagst es richtig, emotional egal. Ja, ich beurteile ihn nicht, ich habe genau den gleichen Respekt vor ihm, und das sage ich nicht nur, ich fühle das auch so. Das ist wichtig. Und ich habe da meine Vorteile und das auf dem Tisch, manchmal mache ich eine kleine spitze Nebenbemerkung, aber nicht, und entschuldige mich dann gleich dafür, weil ich niemanden beleidigen will, oder ein Gefühl vermitteln will, ich bin besser, nur weil ich Vegetarier bin. Und ich habe gespürt, wenn ich da diese Losgelöstheit habe, ich glaube, da kommen die Menschen, weil ich vertraue auch auf das Verantwortungsbewusstsein der Menschen, da kommen Menschen selber darauf. Also ich habe aufgehört zum Missionieren. Das Missionieren, so wie ich das beobachte, geschieht ja oft bei den neuen Vegetariern, Neue nicht rauchen. Jemand, der sich vielleicht bewusst geworden ist, was er die ganze Zeit gemacht hat, spielt da vielleicht ein schlechtes Gewissen auch eine Rolle, wenn man so missionarisch wird? Ja, es ist natürlich auch, wenn man missionarisch ist, ist ein gewisser Idealismus da, aber auch eine gewisse Unsicherheit und auch ein gewisses Ego, denn man will anderen beweisen, ich bin besser. Wie Religionen, die heute Predigt. Meine Religion ist richtig, so wie ich den Koran erkläre, so wie ich die Bibel erkläre, ist die richtige und selbst wenn du an die Bibel oder an den Koran glaubst, kommst du ewig in die Hölle, weil du nicht so glaubst wie ich. Das ist ja letztlich ein unglaublicher und fast unheimlicher Ego-Trip. Genau, Spiritualität kann ja auch ein Ego-Trip sein. Ja, Spiritualität, hier spreche ich jetzt mal von wirklich religiöser Missionierung, das sieht man ja heute, wenn man diesen Leuten auch zuhört, da ist keine Liebe da, kein Respekt. Zu sagen, nur weil du den Koran, weil du die Bibel nicht so liest, wie ich kommst, ewig in die Hölle. Wie musst du da abgespalten sein von dir und vom Gegenüber, dass du das sagen kannst. Ich habe ja dieses Missionarische durchgelebt und habe mir auch in gewisser Phase dann gewisse freche Sprüche erlaubt, wo ich mir hinterher einfach schlecht kam, ich hatte ein schlechtes Gewissen, mich hat diese Szene nicht losgelassen. Und zwar aus schlechten Gewissen, das war nicht richtig. Und ich denke, heute bin ich da geheilt. Und das musste dir auch keiner sagen, du hast es selber gefühlt. Ja, ich habe es selber gefühlt, ja. Und deswegen habe ich auch ein gewisses dogmatisches Umfeld verlassen und kann heute da sehr locker damit umgehen. Und ich sehe einfach und ich bekomme immer wieder Rückmeldungen, dass Menschen aus eigenem Erkennen Vegetarier geworden sind und es auch bleiben. Denn man kann mit all den Argumenten hier drin Menschen wirklich in die Ecke treiben, ihnen ein schlechtes Gewissen aufzwingen. Und dann hören sie aus schlechtem Gewissen auf, weil sie wollen ja spirituell sein. Aber das ist natürlich nicht deine Absicht, oder? Ja, und dann treffe ich sie oder dann habe ich sie zwei Jahre später getroffen, haben sie gesagt, ja weißt du, ich habe jetzt wieder angefangen Fleisch zu essen. Ich bin halt nicht so gut drauf wie du, ich bin halt nicht so spirituell. Und da macht man selber, entweder ist es ironisch gemeint oder es kommt ein tiefer Selbstvorwurf dazu. Dann hätten die Menschen besser noch zwei Jahre länger Fleisch gegessen und hätten jetzt aufgehört. Und so vertraue ich einfach in den Rhythmus eines jeden Menschen, denn das Entscheidende, wenn wir sterben, behaupte ich jetzt einfach mal, wenn man das aus den verschiedenen Rückführungen und Nahtoderfahrungen hört, werden wir nicht gefragt, warst du Vegetarier? Hast du geraucht? Hast du Fleisch gegessen? Warst du Veganer oder Vegetarier? Warst du nur Vegetarier? Ja, da kommen die Neu-Veganer. Das neue, für die Veganer schon das Feindbild Vegetarier. Ich habe schon zum Teil ganz wütende Briefe bekommen, warum heißt es vegetarisch? Warum nicht vegan leben? Weil vegetarisch ist ja pracht, kannst du auch fast so gut Fleisch essen. Und so. Die haben gewisse Dinge, glaube ich, nicht so verstanden. Also wir sind nicht mehr so extrem, wie ich das jetzt höre. Und du hast etwas angesprochen, und zwar dein Weg. Dein Weg war, also eigentlich, wir reden immer von Kopfmenschen und von Herzmenschen und so weiter. Bei dir denkt man, du bist ein Kopfmensch, aber wenn man dich so hört, bist du eigentlich die optimale Mischung, Kombination zwischen Intelligenz, Verstand, Kopf und Herz. War das hart, diesen Schritt zu machen? Ich weiß nicht, ob ich es bin, aber ich denke und spüre auch, das macht ein Mensch aus. Ein herzloser Kopf macht ein Mensch nicht aus, aber ein kopfloses Herz genauso nicht, sondern diese ganze Zeit. Und ja, jeder hat seine eigenen Fähigkeiten, aber es war natürlich ein Kampf, den eigenen Weg zu finden und das ist auch jetzt nicht immer einfach. Was hast du für einen Eindruck? Wird dann, wenn wir mal rüber gehen, vielleicht für eine Frage auf uns Menschen zukommen? Ja. Auf eine Frage reduziert, wenn wir von dem Thron Gottes kommen, dann wird eine Frage gestellt werden, nämlich, warst du glücklich? Das ist das Einzige, was Gott will. Glücklich ist nichts Billiges. Warst du wirklich glücklich? Das heißt, hast du dich selber geliebt und die anderen und Gott? Warst du mit dir in Frieden? Warst du mit den anderen in Frieden? Auch mit den Bösen? Auch mit denen, die Fleisch gegessen haben? Auch mit denen, die nicht so gedacht und geglaubt haben wie du. Und bist du in Frieden mit Gott? Auch angesichts des Bösen in der Welt? Dann bist du glücklich. Bist du das wirklich? Ich könnte jetzt, wenn ich jetzt, könnte jetzt nicht so herzhaft auf allen Ebenen Ja schreien. Ich habe noch meine Baustellen. Und dann hoffe ich dann auf die Gnade. Weil wir können uns Bestes geben, aber wir müssen nicht vollkommen sein. Aber ich denke, das sind die tiefen Fragen. Und was das dann für jeden Menschen konkret bedeutet, wenn er wirklich beginnt, in diese Liebe zu kommen. Der eine Mensch hat ein ganz anderer und der Vegetarier ist nicht der erste Schritt. Und für einen ist das der erste Schritt. Sie werden Vegetarier noch bevor sie in die Liebe kommen. Aber es hilft dann. Wenn ich jetzt zum Beispiel sterbe, bevor ich Vegetarier geworden bin oder bevor ich den Weg meines Herzens gefunden habe, aber die Absicht, die Intention war da, zählt das auch schon? Natürlich. Also wenn man die vielen Nahtoderfahrungen liest, die sehr authentisch sind, dann sieht man, das Jenseit sieht ganz anders aus, als uns die Religionen erzählen. Das Verfliegste natürlich daran ist, du kannst den Menschen damit keine Angst machen. Du kannst keinen Betrieb keinen Religionsbetrieb aufziehen, der ja von der Angst abhängig ist. Das ist nicht Wischi, Waschi, Öl, Vegetarier, nicht Vegetarier, kommt das Gleiche raus. Das ist nicht das Gleiche. Aber trotzdem sind Vegetarier ja oder nein oder viele andere Dinge ja oder nein sekundäre Eigenschaften. Die primäre Eigenschaft ist das Herz, die Liebe. Und das zählt. Das zählt. Und wer in dieser Liebe ist, der hat seine wunderbaren Eigenschaften. Im Sanskrit unterscheidet man zwischen den Primäreigenschaften und den Sekundäreigenschaften. Und die Sekundäreigenschaften werden im Sanskrit Bushana genannt. Bushana heißt Schmuckstück. Dann hast du den Vegetarischmuckstück. Andere haben andere Schmuckstücke. Und das ist komisch, du sagst, was, du hast eine Brosche, ich habe eine Halsband. Das wäre dann absurd. Jeder hat seine Seelenqualitäten. Und der Mensch, der in der Liebe ist, sieht diese guten Eigenschaften beim Anderen und nicht suche, was ist das andere. Aber die Primäreigenschaft ist diese Liebe. Und wie du vorhin gesagt hast, es kann auch ein Fleischesser, ein guter Mensch sein, ein spiritueller Mensch sein. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Das ist ein großer Schritt gewesen, sicher. Das zu erkennen, ja, das habe ich zeitgern nicht geglaubt. Also eine längere Zeit, zehn Jahre oder so. Von den 18 Jahren habe ich das nicht wirklich geglaubt, aber dann hat mir das Leben immer wieder Menschen über den Weg geschickt. Einmal sogar eine Frau, in die ich mich verliebt habe, und die rauchte. Was, du verliebst dich in eine Frau, die raucht? Ja, ja. Das ist ja unglaublich. Und da musste ich dann auch ein bisschen umdisponieren. Eben, schiebt jetzt das Dogma oder das andere, weil ich sage, die guten Eigenschaften und so weiter. Und ja, also, da hat mich das Leben einfach hindurchgeführt zu unterscheiden, was ist sekundär und das ist primär, habe ich gemerkt, das steht ja auch in unseren Heiligen Schriften. Es wird zwar nicht so gelehrt vom Betrieb, von den Betriebswirtschaftlern. Geschäftsleitung. Von der Geschäftsleitung, ja. Genau. Aber man kann dann wirklich mit den Menschen ganz anders umgehen und nur dann ist wirklich Friede möglich. Friede mit sich selber. Und dann Friede mit anderen. Würdest du sagen, dass wenn ein Mensch mit sich selber in Friede kommt, das automatisch aufhört mit dem Fleischessen? Früh oder später? Früh oder später? Weil das ist so viel auch kulturell bedingt. Weil ich habe auch da diese Jahre als junger Mensch Fleisch gegessen und habe nie überlegt, was ich tue. Natürlich mit einem gewissen Bußzeinsschritt, aber bei gewissen Menschen ist das wieder anders. Aber natürlich, kollektiv werden wir in der Mehrheit nach der Wendezeit selbstverständlich wird das anders sein. Ich habe in deinem Buch ein Zitat gelesen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es geht, aber vielleicht, wenn ich dir einen Hinweis gebe. Irgendjemand hat mal gesagt, solange es Schlachthäuser gibt, wird es Schlachtfelder geben. Von wem war das? Tolstoi. Leo Tolstoi und dann Bertolt Brecht hat es auch zitiert, soviel ich weiß. Aber Tolstoi. Das heißt, es gibt da schon Zusammenhänge, wie wir mit Tieren umgehen. Ja, ja. Ich habe jetzt rein auf der menschlichen Ebene gesprochen. Wenn wir jetzt wieder ins Argumentative gehen, ins Sachliche, dann gibt es kaum ein Argument, das für Fleischessen spricht. Aber wir können, wir müssen hier den Mensch von der Tat trennen. Solange es Schlachthöfe gibt, gibt es Schlachtfelder. Das ist wichtig. Und wenn man denkt, 19. Jahrhundert Tolstoi, da waren die Schlachthöfe noch anders als heute. Heute haben wir diese Tötungsmaschinerien. Also das ist unmenschlich. Das ist unmenschlich auf allen Ebenen, auch für diejenigen, die dort arbeiten müssen. Und da ist ein Zusammenhang, das Ausblenden. So wie wir die Tiere ausblenden, blenden wir die toten Kinder aus, denen wir, die sterben, weil das Wirtschaftssystem sie sterben lässt. Da gibt es unseren Schweizer Autor und Politiker und UNO-Abgeordneter, Sean Ziegler, der ganz klar sagt, jedes Kind, das heute stirbt an Hunger, wurde ermordet. Ist ein Terroropfer. Aber indirekt. Aber es ist ein Terroropfer. 10.000 Terroropfer pro Tag und keiner sagt was, auch unsere Politiker nicht. Also da wird ganz klar Terror inszeniert und instrumentalisiert. Das eine blickt man weg und das andere wird instrumentalisiert. Und da muss ganz klar, also da kommt dieses Ausblenden. Wir schauen bei Kriegslügen weg. Also da lebt unsere Gesellschaft kollektiv eine gewaltige, mit bewohntem Betonung auf Gewalt, eine gewaltige Lebenslüge. Und das spiegelt sich in unseren Handlungen. Armin Riesi, was ist deine Vision? Wofür lebst du? Es mag vielleicht ein bisschen naiv klingen, aber eine Welt des Friedens. Eine Welt, wo die Menschen wieder erkennen, wer sie sind, warum sie hier sind. Und Liebe ist nicht nur einfach so ein Schlagwort, sondern Liebe ist der Schlüssel. Liebe bedeutet auch, dass diejenigen, die heute dieses Unmenschliche vorantreiben und davon leben, also leben tun sie nicht wirklich, sie profitieren davon, aber das ist gar kein wirkliches Leben. so, diejenigen, die davon profitieren und meinen, sie würden das alles brauchen, dass auch die, von denen berührt werden, innehalten und einfach verstehen, bin ich wirklich glücklich mit all meinen Billionen und Billiarden und mit all den Fäden, die ich ziehe? Bin ich da wirklich glücklich? In schwachen Momenten merkt auch dieses eine Prozent, dass sie nicht glücklich sind. und das merken die und sie kommen nicht an den Punkt, wenn wir sie verteufeln. So, die Vision ist, dass das aufhört, dass der göttliche Wille geschieht, denn das, was da geschieht, in meinem Weltbild, ist das nicht der göttliche Wille. Das ist nicht der göttliche Wille, der hier geschieht, der göttliche Wille ist ein anderer. nicht sehr kompliziert, das zu verstehen. Wir spüren intuitiv, was der göttliche Wille ist. Der göttliche Wille ist, dass es in Ordnung ist, dass es nicht schief läuft. Das ist, denn wir spüren, wenn etwas schief läuft, ist etwas nicht gut, wenn es nicht in Ordnung ist, ist es nicht gut, ist es nicht in Ordnung. Ganz intuitiv spüren wir, dass das Leben so verlaufen sollte und das werden wir erst erreichen, wenn diejenigen, die das ganze Schiefe verursachen und Chaos verursachen, um ihre künstliche Ordnung, die ja nicht natürlich ist, aufzubauen, wenn die in ihrem Herzen berührt werden. Da heißt es, wir haben es alle schon gehört, aber es ist wirklich der Schlüssel, bete für die, die dir Böses tun. Bete für die, die haben es am meisten nötig. Das ist wahr. Und ein guter Schritt wäre wahrscheinlich, wenn wir jetzt das anfangen würden, umzusetzen, indem wir aufhören, als Vegetarier die Fleischesser anzuschwärzen oder zu kritisieren und die Fleischesser aber auch aufhören, auf den Vegetariern rumzuhacken, sondern dass wir einfach mal diese Toleranz aufbringen, jeden seinen Weg zu erlauben. Ja. Dann entwickelt sich ja alles von allein. Und auf der Ebene können wir dann auch anders miteinander reden und wer Fleisch isst, weiß ja um die Problematik. Spätestens wenn man dieses Buch gelesen hat, weiß man. Also ich fand dieses Buch sehr inspirierend und überhaupt nicht anklagend. Überhaupt nicht. Es ist einfach nur eine Information und das, was man dann daraus macht. Vielleicht ist es nicht die Priorität. Ich habe in meinem Leben und ich weiß, irgendwann kommt der Schritt, aber es ist jetzt für mich nicht die Priorität. Gewisse Dinge sind jetzt nicht die Priorität. Und so ist für andere Menschen der Schritt ins Vegetarische noch nicht eine Priorität, aber irgendwann ehrlich wäre es, wenn man wüsste, irgendwann kommt auch dieser Schritt. das wäre vom Fleischesser schon ehrlich. Und wir können den ermutigen, indem wir es einfach vorleben und diese Menschen genauso respektieren. Sagt, genauso wie Gott dich liebt, egal ob du Fleisch isst oder nicht, ist es bei mir genauso. Ich liebe dich, so wie du bist. Das ist die Idee. Genau. Und da kommt man mit einer Realität des Lebens in Kontakt, die in einem selber auch etwas auslöst und ohne das kommen die anderen Schritte gar nicht wirklich. Da sind wir wieder bei dieser Essenz, bei dieser primären Eigenschaft und die führt dann zu diesen all vielen wunderschönen Schmuckstücken, die der Mensch potenziell schon in sich trägt. Also lassen wir uns berühren und der Rest geschieht automatisch. Automatisch oder von selbst. Wie von selbst. Fast wie von selbst. Armin, du hast sicher schon viele Interviews gegeben in deinem Leben und da habe ich mir überlegt, gibt es eine Frage, die du gerne mal gestellt haben möchtest und dir nie einer stellt? Oh. Nein, nicht wirklich, vielleicht hast du die auf Lager. Ich wüsste jetzt auch keine, aber vielleicht gibt es irgendetwas, was du gerne sagen möchtest, wonach dich einfach noch keiner gefragt hat. Einfach etwas, vielleicht. Ja, ich flechte das, was mir wichtig ist, flechte ich immer so eins, dass für mich gefragt wird. Super. Das heißt, du hast alles gesagt, wir können zum Schluss von diesem Gespräch kommen, das ist toll, dann sind wir nämlich gut in der Zeit, aber wir wären nicht Free Spirit TV, wenn ich nicht noch ein paar Dinge vorbereitet hätte. nicht ganz so dramatisch, aber ich hätte gerne deinen Rat, und jetzt mal losgelöst von der Ernährung, sondern einfach allgemein gesehen, dein Rat an jugendliche Menschen heute, was würdest du jungen Menschen für einen Ratschlag mit aufs Leben geben? Ich war als Junge ja sehr radikal und sehr konsequent. Das Wichtige ist wirklich, dass man als junger Mensch erkennt, was möchte ich wirklich tun, was würde mir Freude machen? Dass man das einfach mal weiß, was würde ich gerne tun? Ob man es dann im Beruf umsetzen kann, ist eine andere Frage, aber man kann ja das, was einem Freude tut, auch unabhängig vom Beruf tun oder sich so einrichten, dass es in den Beruf einfließt. Aber Freude macht ihr das, was mit der eigenen Berufung zu tun hat, und gerade als junger Mensch ist man ja sehr idealistisch. Als 18-Jähriger glaubt man, man kann die Welt verändern. Kann man sie nicht? Ja, man wird ein bisschen ernüchtert. Es geht nicht so schnell und nicht so einfach, wie man meint, aber dieser Enthusiasmus ist da. Und man kann an diesem Enthusiasmus festhalten, ich würde das jetzt von mir behaupten, habe das, ich habe mir dieses Feuer bewahrt, diesen Idealismus bewahrt und dass man da wirklich sich selber treu bleibt. Was würdest du älteren Leuten raten? Älteren Menschen, dass sie ihren Reichtum erkennen und ihr Reichtum ist vor allem, dass sie Zeit haben, dass sie sich diese Zeit nicht nehmen lassen. Es ist heute für gewisse Menschen schon fast eine Beleidigung, wenn du einem sagst, du hast ja Zeit. Da ist man ja beleidigt. Was? Ich bin Zeit. Ja, das heißt, ich bin unnützlich. Genau, aber man hat doch Zeit als älterer Mensch und dann könnte man sich diese Zeit verwenden und das, worüber wir auch gesprochen haben, im Kollektiven. Da kann man als, je älter man wird, umso klarer müsste der Geist werden, umso freier, sage ich mal, umso freier müsste der Spirit werden, oder, weil man hat nicht mehr so viel Finde ich eine gute Formulierung eigentlich, free spirit. Ja, genau, das war die Andeutung, aber das war, weil man hat nicht mehr so viele Sorgen. Bist du ein Freigeist? Ein Freigeist? Füße dich als freier Geist. Ja. Ist das schön? Ja, ich fühle mich auch frei und ich habe jetzt, wenn ich da wieder an die jungen Menschen sage, ich hatte wirklich das Glück, dass ich meine Berufung auch zu meinem Beruf machen konnte. Aber auch nicht sofort. Ich ging auch zuerst in die Schule, 18 Jahre Kloster, aber schon dort, in der Schule, wo ich die Berufung lebte, konnte ich das auch immer mehr in meine Berufung kanalisieren oder einfach hat sich gezeigt, wie ich mit meiner Berufung auch den Beruf machen kann. Kann vielleicht nicht jede direkt, aber trotzdem kann man an der Berufung bleiben und auch ältere Menschen haben eine große Berufung. und das, was ich vorhin gesagt habe, eben für das Kollektiv, bete für diese Menschen, dass man da ins eigene Licht kommt und das alte Mensch, ältere und alte Mensch, kann man wirklich das eigene Licht immer reiner in die Welt strahlen lassen. Und das ist dann unscheinbar, aber wunderbar. Sehr schön. Armin, ich habe Ihnen ein paar Sätze vorbereitet, die du einfach so spontan vollenden kannst, so kurz und knapp wie möglich, einfach mit, was dir gerade in den Sinn kommt. Ready? Ja. Ich bin. Nächste Frage. Ich bin das Sagt für alles, da könnte man jetzt sehr viel anhängen, aber das einfach mal so im Raum stehen lassen, finde ich ganz interessant. Ja, manchmal ist Schweigen auch eine gute Antwort. Ja. Friede ist das Resultat wovon? von Selbsterkenntnis, Liebe und Harmonieren mit der Harmonie. Ich folge hier einem altindischen oder altägyptischen Mantra, wo genau diese Frage gesagt wird, dann ist Friede das Ergebnis. Wir können Friede nicht unabhängig von dem bekommen. Wenn wir Friede unabhängig von dem wollen, erzwingen, mit Krieg und so weiter, sind wir wieder bei den Lügen. Friede ist das Ergebnis davon. Nächster Punkt wäre, die heutige Zeit ist? Eine große Chance. Freiheit ist? Ich hätte es verlieren zu haben. Das ist meine alte Hippie-Natur. Freedom is just another word for nothing left to lose. Das war jetzt mein Tribute. Es gäbe noch andere Aussagen, aber ein bisschen Nostalgie. Also mir gefällt das persönlich sehr gut. Dennoch, Philosophie ist? Die Königin der Wissenschaften. Sage ich als alter Grieche jetzt. Wissenschaft ist? Das, was Wissenschaft. Der größte Fehler ist? Da sage ich jetzt was ganz überraschend. Das habe ich zitiere hier auch. Der größte Fehler, den Menschen machen, wenn sie über Gott nachdenken, ist, sich Gottes unpersönlich vorzustellen. Nur einseitig. Nur als Energie. Da habe ich ganze Vorträge darüber. Das ist ein, das habe ich schon in den Sanskrit-Schriften gelesen. Und ich habe mich immer gefragt, warum ist das ein Fehler? Wo ist das Problem? Ich glaube, heute habe ich es erkannt im Laufe der Jahre und habe ganze Bücher dazu geschrieben. Mehr möchte ich dazu auch nicht sagen, weil das wäre ein Thema für sich. Aber das einfach mal so im Raum stehen zu lassen. Das ist schon relativ gemein, mich so lustig zu machen, wie wir Schweizer sagen, und dann einfach abbrechen zu wollen. Gib mir wenigstens einen Tipp. Welches Buch könnte ich dazu lesen? Einheit im Licht der Ganzheit. Das ist ein Taschenbuch. Das werden wir auch gleich einblenden, damit die Zuschauer sehen, wie das ausschaut und es hoffentlich gleich einkaufen gehen, wie ich auch. Es sei denn, du lest mir eine Version hier. Weil ich brauche immer ein bisschen viel Zeit, bis ich zum Lesen komme, aber ich lese dann auch wirklich mit Körper, Seele und Geist. Schön. Zu guter Letzt noch eine letzte Botschaft. Du weißt ja, wie es bei uns so läuft. Was wäre, wenn du könntest, einmalige Botschaft an die Welt? Was würdest du, welche Worte würdest du der Menschheit zukommen lassen wollen? Nicht werdet Vegetarier. Weil da sind zu viele Widerstände. Die geistige Welt, wenn sie zur Weltmenschheit sprechen würde, würde ich auch nicht sagen, weil da hast du so viele Menschen, auch von denen zuwandern, die jetzt kommen, da sind sehr wenige Vegetarier darunter. Also jetzt wissen wir, was du nicht sagen würdest. Die wichtigste Botschaft ist der Titel meines Buches, ihr seid Lichtwesen, ihr seid Götter, ihr seid Schöpferwesen. Erinnert, dass ich auch hier bin, hier als Mensch, als Wesen in dieser Welt, sind wir Lichtwesen, Schöpferwesen, als Menschen, wir sind auch Menschen, aber eben nicht nur, sondern wir sind inkarnierte Lichtwesen, dass nur so können wir wirklich auch Menschen sein und menschlich sein, denn menschlich sein ist auch göttlich und göttlich ist auch menschlich, sonst ist es nicht menschlich. Auch das sogenannte Göttliche, wenn es unmenschlich ist, ist es nicht göttlich so. Wenn die Menschen erinnern, wer sie sind, dieses Ich bin, dann erinnern sie sich auch, warum sie hier sind, denn jeder Mensch hat sich etwas vorgenommen, jede Seele, sage ich, hat sich vorgenommen, bevor sie hier in die Materie eingetaucht sind, dass sie etwas bewegen wollen. Das muss nicht groß und spektakulär sein, es kann eben unscheinbarer wunderbar sein. Und da kann sich jeder daran erinnern, wenn man sich an diese Essenz erinnert. Und das ist dann unabhängig von den sekundären Themen, die auch noch da sind, mit denen wir alle zu kämpfen haben. Lieber Ramin, herzlichen Dank für deine interessanten Statements. Wir werden darüber nachdenken und liebe Zuschauer, ich hoffe, ihr werdet auch wieder einschalten, wenn es beim nächsten Mal heißt, willkommen bei Free Spirit TV, dem Sender jenseits des Mainstreams.